Der FC Bayern München, er steht gerade so schön, er steht gerade so praktisch und jetzt sage ich euch was, ohne diesen Mann hätte der FC Bayern diesen 26. Meistertitel, auch diesen Pokalsieg nicht so einfach eingefahren. Er war der Garant dafür, er hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten 30 Bundesliga-Tore geschossen, er ist der Torschützenkönig, er ist the one and only, Robert Lewandowski! Der 13. Stürmer der Welt!